Sie sind hier, 9. September 2018, 14.06 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, 96, Präsident Martin Kind setzt weiter auf Sportchef Horst Held Urheberrecht, Getty Image, Hannover 96 hat den Vertrag mit Sportchef Horst Held bereits vor einiger Zeit verlängert. Martin Kind bestätigt jetzt entsprechende Medienberichte. Bundesligist Hannover 96 hat still und heimlich den Kontrakt von Manager Horst Held verlängert, einen entsprechenden Bericht der BILD bestätigte nun Präsident Martin Kind, ja, das stimmt. Wir haben den Vertrag mit Horst Held vorzeitig bis 2021 verlängert, sagte der 74-Jährige dem Portal Sportwasser. Laut der BILD soll Held bereits vor Monaten seine Unterschrift unter den neuen Arbeitsvertrag gesetzt haben. Der Klub hatte die Personalie bislang nicht offiziell verkündet. Held arbeitet seit März 2017 für die Niedersachsen und sorgte in der vergangenen Saison für Schlagzeilen. Erst flirtete er öffentlich mit dem 1. FC Köln anschließend stand ein Wechsel zum VfL Wolfsburg im Raum. Doch Kind legte jeweils sein Veto ein. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Hannover 96 kaufen. Hier geht es zum Showfield betonte zuletzt, mit voller Kraft für 96 zu arbeiten. Ich kann nur zeigen, dass ich die Aufgabe hier in Hannover annehme und professionell erfülle, sagte der 48-Jährige von Sportinformationsdienst. Ich kann nur sagen, dass ich die Aufgabe hier in Hannover annehme und professionell erfülle, sagte der 48-Jährige von Sportinformationsdienst. Ich kann nur sagen, dass ich die Aufgabe hier in Hannover annehme und professionell erfülle, glaube ich. Ich kann nur sagen, dass ich die Aufgabe hier in Hannover annehme und professionell erfülle, glaube ich.